Hi Leute, in dem heutigen Video wollen wir euch den Mazeme All-Weather-Suit 6 vorstellen. Hierbei handelt es sich um einen Allwetteranzug, der euch besonders vor Kälte und Nässe schützt. Speziell für Angler konzipiert, bietet zum Beispiel der Schulterbereich viel Platz und Bewegungsfreiheit, um eure Rute auszuwerfen. Das besondere Raytex-Material ist wasserdicht und atmungsaktiv und ähnelt dem Material einer Fliegerjacke. Das Fließinnenfutter hält euch warm und schützt besonders an sehr kalten Tagen. Durch den unteren Gummibund kann kein Wind eindringen, aber wir gehen gleich noch einmal darauf ein. Eine weitere Besonderheit dieser Jacke ist der sehr hohe Kragen. Dieser schützt euren Hals und euer Gesicht vor Kälte und Wind und ist zudem innen sehr flauschig. Das nächste, was wir euch gerne zeigen möchten, ist die linke Brusttasche. Sie ist groß genug, um ein großes Smartphone darin zu verstauen. Ein iPhone 8 mit Hülle passt zum Beispiel problemlos hinein. Der Reißverschluss dieser Tasche ist wasserdicht. Somit ist euer Handy auch bei Spritzwasser oder sehr starkem Regen komplett geschützt. Kommen wir als nächstes zur rechten Brusttasche. Diese ist wie eine Falte angebracht und ist daher größer als man denkt. Eine kleine Köderbox oder eine Brieftasche lassen sich zum Beispiel darin sehr gut verstauen. Geschlossen wird die Tasche einfach mit einem Klettverschluss. Dadurch könnt ihr sie leicht öffnen und schließen, wenn ihr sie braucht. Die Ärmel sind so designt, dass sie keinen Wind hindurch lassen können. Im Inneren gibt es einen Neoprenbund, der sich eng an den Körper anschmiegt. Dieser verhindert, dass Wasser oder Wind eindringen können. Schützt somit euren Körper davor auszukühlen. Der Klettverschluss außen bietet nochmal zusätzlichen Schutz. Die Jacke hat noch einmal zwei Seitentaschen, deren Innenfutter aus wärmendem Material besteht. Wenn ihr doch einmal kalte Hände bekommen solltet, könnt ihr sie einfach in die Tasche packen. Das Innenfutter wird eure Hände aufwärmen, also optimal für kalte Winter- oder Herbsttage. Beide Seitentaschen haben dieses Innenfutter. Geschlossen werden die beiden Taschen einfach mit einem Reißverschluss und einem äußeren Klettverschluss. Wie ihr vorhin vielleicht gesehen habt, gibt es auch im Inneren der Jacke noch eine kleine Tasche. In diese Innentasche könnt ihr zum Beispiel ein großes Smartphone, eine Brieftasche oder euren Schlüssel packen. Alle Wertgegenstände, die ihr gern etwas sicherer verstauen wollt, könnt ihr hier reintun. Wie bereits erwähnt, hat die Jacke unten im Inneren einen Gummisaum. Dieser schützt davor, dass kalter Wind nicht in die Jacke eindringt. Dafür einfach mit den Knöpfen vor dem Körper schließen. Dabei kann man entscheiden, ob man es lieber lockerer oder fester zu machen möchte. Einfach die entsprechenden Knöpfe aussuchen. Das nächste, was wir euch zeigen möchten, ist die Kapuze dieser Jacke. Diese ist innen flauschig gefüttert und außen hält sie natürlich Wasser ab. Das unechte äußere Fell lässt sich auch abnehmen. Zum Beispiel für die Leute, denen dieser Look besser gefällt. Doch nicht nur das Fell, sondern auch die Kapuze an sich ist abnehmbar. Dafür einfach den starken Klettverschluss, wie hier im Video gezeigt wird, lösen. Auf der anderen Seite machen wir dann das Gleiche. Nachdem ihr die beiden Seitenklettverschlüsse abgemacht habt, gibt es nur noch einen dritten in der Mitte. Auch diesen einfach aufmachen und die Kapuze herauslösen. So könnt ihr die Jacke auch ohne Kapuze verwenden. Kommen wir nun zur Hose dieses Sets. Wie die Jacke auch, hat die Hose zwei Seitentaschen. Diese werden mit einem Reißverschluss und einem Klettverschluss gesichert. Auch die Hosentaschen sind mit dem wärmenden, flauschigen Material gefüttert, das ihr auch schon bei den Jackentaschen gesehen habt. Dadurch könnt ihr eure Hände auf verschiedene Weisen wärmen, wenn es kalt ist. Die Hosenträger, die ihr hier seht, könnt ihr auch abnehmen. Wie ihr hier sehen könnt, ist auf der Rückseite ein Reißverschluss angebracht. Der Rücken der Hosenträger ist übrigens auch aus weichem, flauschigem Material im Inneren. Um die Träger komplett zu lösen, müssen wir jetzt noch vorne die beiden Schnallen aufmachen. Einfach auf jeder Seite den Verschluss öffnen und die Träger können abgenommen werden. Somit lässt sich die Hose wie eine normale Hose tragen. Zum Abschluss haben wir das Raytex Material noch einmal für euch getestet. Immerhin wirbt der Allwetteranzug damit, wasserdicht zu sein. Und wie ihr sehen könnt, hat Masse mir nicht zu viel versprochen. Das Wasser fällt ganz einfach ab. Für noch mehr Infos schaut euch gerne den Link in unserer Beschreibung an. Wir danken euch fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal!